Was ist denn aus? Wenn so kleine Sachen sind, das sind die, was im Mund steckt, weißt du? Nee, die tut's immer wieder rein. Mama, du weißt doch, dass wir von der Wii haben ja das Lenkrad, ne? Für ein Videospiel haben wir so einen Lenkrad, und dann setzt sie sich auf den Video-Mettel alles gar nicht an, aber die sieht das Lenkrad und dann macht sie bluuuuuuu. Ja, das ist jetzt alles Neues zum Spielen, weißt du? Du bist bei kleiner Sachen auch was. Ja, ja, im Blick steckt sie nicht alles im Mund, aber das kann doch kommen. Ja, das kann schnell immer kommen.